Wieder die Hoffenheimer. Und Achtung, jetzt Eichner-Tor! Wunderschöner Treffer vom Ex-Karlsruhe. Neuzugang. Dieser Eichner und Hildebrandt kommt sogar aus dem Tor gerannt. Was für ein Treffer. 32 Meter Torentfernung, 109 Stundenkilometer schnell und unhaltbar. In der Woche hatte er sich zu Hause ausgeschlossen. Der Autoschlüssel war drin im Haus. Er konnte nicht mit dem Auto zum Training fahren. Kam zu spät. Wahrscheinlich hat er gegen die Garage geschossen und geübt. Es hat sich gelohnt. 34. Minute und der Jubel des Tages in Sinsheim. 1 zu 0 gegen die Nürnberger.